So, wir sind heute in Elmau am Hartkaiser. Wir haben hier eine tolle 80 Quadratmeter große Wohnung. Wenn wir schauen, hinter uns der wilde Kaiser. Man hat ein unglaubliches Panorama. Unten hat man einen Speicherdeich und es ist der Einstieg in Elmis Zauberwelt und ins größte Bergerlebnis von Österreich. Dann schauen wir rein und schauen uns die Wohnung an. Wir haben hier den offenen Wohnbereich. Wenn wir uns hier anschauen, also wir haben hier eine sehr großzügige Aufteilung. Die Küche ist tiptop ausgestattet, alles was man so braucht. Wir haben natürlich hier auch wieder einen traumhaften Ausblick auf das Wandergebiet am Hartkaiser. Und dann haben wir zwei Schlafzimmer. Was hier natürlich toll ist, wir haben eine sehr hohe Raumhöhe. Und auch wiederum Ausblick hier auf Elmau, aufs Dorf runter und auf den wilden Kaiser. Erstes Schlafzimmer. Zweites Schlafzimmer sind leicht geschnitten und jeweils Richtung der Kaiser und zum Dorf. Beziehungsweise man sieht den Speicherdeich auch sehr gut. So ein Badezimmer haben wir mit Badewanne. Das ist auch alles ganz toll gemacht. So und jetzt kommen wir zu einem Highlight dieser Wohnung. Das ist die Sauna, wo man einen traumhaften Ausblick auf Elmau und auf den wilden Kaiser hat. Also gibt es natürlich nur einmal hier oben am Berg so eine Sauna. Wenn wir mal reinschauen. Wo es hier natürlich toll ist, wo hat der Traum auf die Aussicht nach außen, von draußen sieht man natürlich nicht rein. So, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, sind wir gerne telefonisch erreichbar. Das wäre unsere Firmenhandynummer 0043 für Österreich, 664 831 733 1. Eisenmann-Herrath ist natürlich auch bei WhatsApp möglich. Gleiche Handynummer, Eisenmann-Herrath einspeichern und eine WhatsApp schicken.